und freundlich ist ein erlöser Leben von der Böse von der Böse und der Böse von der Böse von der Böse von der Böse von der Böse am Start begrüßt sich halt nicht wir haben das Wort schon gemacht ich hatte gerade angekündigt du Morgon Kind ja, hi, habe ich doch gesagt? nein tschüss blöde bei Fiddlesticks ist, der ist ziemlich hat ein ziemlich wenig Leben aufpassen ouchi i don't give it up na 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 let me love you let me love you don't give up na 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 oh 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 ja, drauf doch ja, das ist gut wuuuuuuu hehehe kommt einfach nicht weg, weil wir den Tower dauer ist da scheiße, jetzt komm ich weg und dann noch einfach nein wir können aber Minions gut fahren, Alter Tower hehehe wir machen einfach gar keine hehehe natürlich drei Stunden später hehehe hehehe na 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 ey, wo ist denn der andere Alter, ist der AFK oder was? ah, deine Mutter hehehe 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 der kann wieder nach Hause gehen, tschüss hehehe 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 damit könnte man auch, glaub ich, seine Ulti dodgen wer weiß ich lass mal was für Mana kaufen Oh 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 hehehe hahaha hhhhhhhhhhhhhHhhhhhhhh hhhhhhhhhh her im wäckchen Prozent und auch hier die Tuchmobelst du die 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 im Monopold das ist nicht so viel und der liefste ganz schön alles klar mann ist das geil, Alter Fiddlesticks I think, driving in the car. Oh shit. Don't you give up. I don't give up. Aye, aye. Aye, aye, aye. Aye, aye, aye. Let her reign over me. Aye, aye. Auch immer die falsche Fähigkeit. Woooo. 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 Oh Scheiße, ich bin Level 6, aber ich hab nicht mal Ulti gefühlt. Wow, ist das dein Ernst jetzt? Ja. Okay. Oh, das guck mich mein Geistern besiegen. Das Ende hat. Das Ende hat. Das Ende hat. Das Ende hat. Mit seinem Power oben bauen. Haha. Da können wir auch in der Mitte drück gehen. Ja. Ein Gegner wurde gefühlt. Ja, okay, doch. Nicht. schau mal ob es Blu da ist was der habe später ich hier mich mal hoch ist das geil alter so und die was soll st die 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 Foto Nein, die sind so los! Nein! Ein Verbündeter wird jetzt Finde ich nicht gut von euch! Du sagst schon mal ne Ulti nicht, ne? But sometimes you know That's something to do when I feel it low Noch n... Drag Mit Sicherheit Wow Ich will nämlich 6, Alter Ich will nämlich 6, Alter Tschüss Allerdings Ein Gegner wurde getötet Ein Verbündeter wurde getötet Ein Gegner wurde getötet Ein Gegner wurde getötet Geht mehr Leben, Junge Alles klar Geh Geh Ich fühle eure Angst Ein, ne, vier, fünf Jetzt habe ich meine Ulti Oh, unsere Top-Lane Wer will give up? Da, da, da Don't you give up? Da, da, da Let me love you Junge Zweiersus, ey Dumme Hurensöhne Ein Verbündeter wurde getötet Ja, Alter Ist das hier die, äh, Todesparty oder was? Allerdings Was? Du, so eventuell brauche ich ja eh vielleicht Hilfe hier Von mir Gehen Ein Gegner wurde getötet Von mir Alle Untitönden, ey Tschüss Ich habe mich gerade Na, na, na Na Fühle eure Angst Dürfen Let me love you. Wow, nein! Ein Verbündeter wurde getötet. Euer Team hat einen Turm zerstört. dann wird durch und heute beide haben jetzt Blumen dann macht was draus wir haben beide blut gezogen und werden beide blut bekommen ja das das habe ich auch mal gehabt so baby you should go and love you we pushen schneller als die einen ton zerstört einfach jetzt verdreht ein Minion zum Leben ja tschuss ein Verbündeter wurde getötet maa oder was ist da? Guck mal, geh mal. Ich hab dir gesagt, ich hab mich nicht geworfen, ich hab dich gar nicht gebt. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Aber wir sollten eigentlich mal... Achso, wir müssen das mal fehlen. Oder? Nein. Das ist halt Leben Generation, ne? Also dieses Wehe, Alter. Der Gegner wurde getötet. Boah, Alter, Alter. Ey, das war ein bisschen knapp. Oh, nice. Wir haben Zugang mit Drake. Oh, jetzt mit ihm. Oh, ich stimme ja noch. Oh! Stimmt, der noch! Nein. Oh, mein goodness. Nice. Ich hatte 10 Leben und hab trotzdem noch meinen Adler losgeschickt und BAM war er tot ey. Oh nice. Ich habe Mühe. Alter, du machst echt gut schon. Ey, wo kriegst du den Schild her? Unfassbar. Unter dir. Was? Zack, wie der abgeht. Hast du keinen Sohn, Joss? Oh, der geht. 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 Alles klar, Junge. Alter, hat's schön mal dein Leben. Habt ihr den Schwanzen in den Mund bekommen, wa? Der f***, ey. Das ist echt hart. Ja, 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 ja. Ja, ja. For all this time. Take my hand. Put it on your chest. I need you. I need you. I love you. I need you. I need you. I want you. I want you. Get off of the box. What did I cierpigge? Y Fight What the hell did he check! Human master is a chipe eBay. Oh, kommil zurück! Du bist nicht verkaufen! Du hast... Upload! Wird wieder full live! Nein! Komm her, Junge! Du hast einfach null Schnitte getötet. Geh tot! Alter ist das... Das ist sexy, Alter! Okay wir... ...weil... Holy fuck! Alter, das war ein Leben oder so, ja? Kann man machen, wenn ich so... Ist das geil, Alter! ... 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 jetzt kommt bei der DT-Alter-Ese die Verwaltung von den Plädern Scheiße, Alter. Boah tschüss mit dem, Alter. War ich mal bei mir alleine versuchten? Nein, schaffst du nicht. Ist er sicher? Der Rake ist nicht das. Ja, schaffst du nicht. Okay, ouch. Ouch! Ja, tschüss. Ja, weißt du, lacht und geht drauf. Auf tschüss mit dir. Aber was ist noch ein Gulp, Bruder? Ehe, wie viel ist der, Alter? Ja, meine Freunde, wenn ihr euch wundert, warum er jetzt so abkackt, keine Ahnung, Alter. Der ist einfach, der ist aus Natur so psychisch. Ich hab stormfrei, ich darf so sein. Oh, Junge, Junge. Oh, Junge, findest du den? Oh, Junge. Ein Viertel Dicks ist ja auch nice. Voll ein krasser Champion, Mann. Oh, Schau, ich mach mal Bock. Wir retten dich, Junge. Oh, du bist zu spät, ne? Oh, ich hab noch ein Gulp... Watt! Oh, Ignite auf Doom, Mann. Jawoll. Hauptsache, ich sterbe und dann kille ich noch einen. Hör. Hör. Oh, der wird hier. Hör. Hör. Hör, Hör, Hör. Hör. Hör, Hör. LOL LOL Meine Ult gefickt einfach alles WTF ist los ey? 3 gegen 5 Jürge was da los? Einfach Ulti gezündet und gefickt Das ist auf jeden Fall Crazy Das ist crazy Thank you Thank you Wir saugen ihnen den Leben aus Fühle eure Angst Warte 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 noch nicht Warte Doch mal für den Moment Wuuu Ein Gegner wurde getötet Warte er Stell dich dem Wind Hahahaha 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 Das ist eine Beide Hahahaha Wollt leben Ach Wollt leben Autsch Oh Scheiße Nein Aber der gibt auch noch drauf Hahahaha Hahahaha Geil Alter Ich bin ein Tri-Harder da oben, ey. I need you, I love you. Mit den Tauer aber nicht. Tschüss. So much damage. Ich habe die nur 70. Ist das geil, Alter. Abysel, what? Ist das lustig, fast. Warte. Warte. Boah, er saved, er saved. Oh, ist krass. Aber es tut. Nee, warte, ich hole den noch. Ach, das war, ein bisschen knapp, jetzt. Hohoho. eigentlich hätte ich jetzt viel gebraucht aber okay weiter an den kannst du nicht so hoch gehen von ernst alles klar ich glaube der ist wir haben von dem Tor okay die nahe und aber klar er hat Komm schon! Hi! Das war's. Nice one! Sometimes you know! Nein! Ich will nur ein bisschen locken. Ich habe kein Gehirn. Und ihr bald auch nicht mehr. Haha! Wie der einfach rausgenommen wird aus dem Game. Ist doch einfach ein Problem. und die Gäste und schädlich der Wochen und hätten wir den Fall bei der Sonjaus machen stimmt das war die Kombination mit Sonjaus und Ulti stimmt 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 ein ein ständige ständige da mein Gott da gibt es gerade gleich die Treppe Robert Städte Tschüss! Ich glaub die sind beim Drachen Oh okay, der Blut Ja, mein Meister Ah, meiner Alter, was ging denn da ab? Die Folge wird heißen, Leben aussaugen Hehehe Barron! Oder? Doch, können wir machen Beten, 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 beten Der Gegner wurde getötet Das ist so geil, Alter Oh ne Scheiße Ein Gegner wurde getötet Das ist so ein geiles Game Hehehe Ein Gegner wurde getötet Oh Scheiße Äh, bitte wird durchpusht Ein Verbündeter wurde getötet Ein Verbündeter wurde getötet Hehehe Der Gegner hat einen Turm zerstört Ein Gegner wurde getötet Und... Lol Er bleibt verdritten stehen, Alter Ojojojojoj Oh jojoj Komm her ein bisschen damage ist ja nicht so, dass ich 177 habe m das ist 17 sieben halt damit sich verarschen m dennoch alleine um zu laufen zu tun auch nicht gut er hat mich unterbrochen holen diese ulti von ja das war komm noch mal drei ja und du wirst ja dieser double schaden von der ulti ist ja mega heftig die denn die zusammen ich komme das ist Habt ihr Angst? Allerdings. Mach mit Barron. Hallo? Was ist denn? Hä? Mein PC? Was ist mit dem PC los? Kein Signal vom Monitor. Mein PC hat gerade übertrieben, ich kann nichts mehr machen. Okay. Schwarzes Bild einfach. Tschüss. Alter, ich muss neu starten, ich kann nichts mehr machen. Ich beeil mich. Ja, toll, das ist ja super. Und die haben Barron, die geht. Ja, kannst du dann auch mal bitte im Bett gehen? Ach ja, stimmt, geht ja nicht. Das ist ja so. Eine Schwerer hat das Spiel verlassen. Tja. Ein Verbündeter wurde getötet. Stell dich dem Weg. Und gelaufen ist bis zu tun. User in your channel timed out. Ein Verbündeter wurde getötet. Tja. 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 Der Verbündeter wurde getötet. Ja, das ist echt die Idee. Hi, sorry. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Dann wird die Melodie von Spiel abgeben. Ein Gegner wurde getötet. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Der Feuer wurde ver cayert. Geil, GG, ich sag schon, schau dran, der Fliss, aber du bist verloren.